Im späteren Verlauf 3, ich brauch sie zwar nicht, aber ich kann sie euch traden Wieviel brauchst du denn? 16, also 15 brauchst du Hab es nicht mitgekomme...bekommen, ooooh Lichtdrache, das tut mir leid Aber wir sind noch mittendrin Lichtdrache, mach dir nichts draus, wir sind ja seit zweieinhalb Stunden am Stream Ja Aber wir haben noch nichts Schlimmes, du hast noch nichts Schlimmes verfasst Wir sind noch nicht gestorben oder so in der Art Also das ist noch nicht wirklich, die ganzen gefährlichen Sachen kommen ja noch Wir sind gerade dabei uns nur gerade ein bisschen zu heilen für die nächsten Dungeons Ich habe es nicht mitbekommen, du hast es dir aber so lange gewünscht, Lichtdrache Und heute ist es mal wieder gewesen Das ist so geil, ich heile mich und mache noch Gold Plus Ja ne Wegen der Gitarre Bist du auch zwischen Bade und Magier dabei ne Na ja, ich bin so ein Jack-of-all-Trades, aber Ja Dann renne ich mal hier zu dem Dude, ne Jo Ist alleine Ne, der wird nie so schön Warte auf mich und Tim Und wenn ich da, das geht auch nicht Ihr seid alle zu weit weg Das ist wahrscheinlich wegen dem Sumpf Ja Ja Ich habe jetzt nicht mitbekommen, armer Lichtdrache Ich habe ein richtiges Mitgefühl Okay, wenn wir nebeneinander stehen, passt es Ja, der Tim muss nur kommen Jetzt kriege ich Movimento Du, das ist richtig gut Wir müssen aus diesem Sumpf raus Jetzt könnte es Giftfack machen Nein, kann ich nicht Dann müsste ich durchs Mob laufen Und das geht nicht Ja, schade Aber im Gegenzug kriegt der auch keine Verstärkung Aber er ist auch krass genug Ja, wir können dann auch das Lager hinter uns noch wegmachen Okay, betäubt Können die ihn noch ein paar Mal treffen, also könnten ihn wegkriegen Nööööö Okay Ich kann Rüstung Ich kann mit meinem Schwert Rüstung ignorieren, ne? Aber der wurde hart, die Neid Tatsächlich kann hier einer von euch gebrauchen, oder? Ja Hier, Lukas, ich habe rausgesetzt Genau, und dann müssen wir rechts und Sumpf noch die Hexe töten Ja, spielst du doch irgendwie cool aus, Tim Irgendwie schon Was spielst du? Ich spiele einen Schmied Ich habe einen Dämonenhelm auf Und so ein Ogre, oder was er auch immer war Oder auch immer irgendwie so eine dämonische Kreatur Der Vitis, also Baloo, der Bär, der spielt ein Was war das? Und ein Landstreicher Ein Landstreicher Ein Landstreicher Und der Squall Und der Squall ist ein Jäger Also ich bin der Tank in der Runde Ich bin der Tank in der Runde Läuft den Linken an Bis der Rechte wieder dran ist es noch ein bisschen Zeit Nein Nein Jungs, er ist nicht genommen Richtig draufgeklickt Ich habe nicht richtig auf ihn draufgeklickt Also tatsächlich, wenn wir den 1 verlieren, liegt es wirklich an den Squall Ja, heute ist nicht mein Tag, Alter Ja, auch meiner Das vorher brauchen wir heute nicht mehr nur sagen, das ist so Ja Erstmal, erstmal müssen wir unseren ganzen Gottesbart immer für ihn opfern Oh, die habe ich ja schon Dann kann Tim die jetzt haben Die Rüstung ist nicht schlecht Uh, eine Schatztruhe Ah, blieb ich Freue ich mich das erste Mal über so eine Schatztruhe Und dann Der hat uns einen, glaube ich, was geklaut, ne? Er hätte da eine Würze geklaut Wenn die gleich wiederkommt, kriegst du sie zurück, bitte Keine Ahnung, was sie mir geklaut hat Na, betäupen kann ich sie nicht Hm, eine Schadensreflexion habe ich schon Wenn jemand von euch will Ne, brauchst du die, Tim? Weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwas da hab Keine Ahnung Ne, hab ich nicht mal Nicht mal irgendwas da Ja, das ist doch gut Irgendwie da heilen, oder was? Hahaha Ich hab ihm die Schuhe hier unten noch gekauft Achso Heil dich Nutz das Gasthaus, wenn du schon da bist und kein Move mit mehr hast Hast du schon recht Ich kann nicht viel machen Das kann ich machen Mehr ohne Wo sind die Hexen? Da vorne, ne? Echt? Ja Kannst du unten rum gehen, Lukas? Welchen Quill? Ah Hahaha Das hat's mir nicht gemacht Das hat's mir nicht gemacht Das ist belastend Das ist belastend Ach, gar nicht Und dauern nur eine Runde mehr, ne? Ja Egal Dude Ich geh schon mal hin Dann müssen wir sowieso warten Gleich Ach, du machst jetzt noch einen Schritt Damit du dich ein bisschen heilst, wa? Ne Au Hm, 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 hm Kommst du zurück, Lukas? Schleif doch einfach Oder ich schlafe mich einfach vorbei Aber ich bin auf jeden Fall stehen geblieben Weil ich mir gedacht habe Wenn das Gift dann wieder kommt, kann ich zurücklaufen So Und Und Nein So bin ich hier auf demselben Fall wie Lukas Ja, deswegen Nacht Habe auch keine Benachrichtigung von Chitsch bekommen Die ist normalerweise rausgegangen Und ich habe noch gefragt, ob du die Benachrichtigung anders fragst Äh, das ist eigentlich immer an Dann hat man wahrscheinlich wieder Twitch rumgespenst Anscheinend ist der neue Stuhl, den ich meiner Frau geschenkt habe, bequem Die zockt immer noch Weg mit der Hexe Ja, die war bis 22 Uhr arbeiten, ne? Ja Talent stark vermindert Das ist ja egal Was? Und Stärke stark vermindert bei Äh, ohoh, Skull Und wenn ich nicht die wahrnehme Jaha Oh, das hat sich gelohnt, ja. Pass auf, wieder Mimik. Wenn keiner an Dietrich hat, hat sich das sowieso erledigt. Ja, super. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen, die Schurkeninsel vergessen der Keller, wir müssen nach links irgendwo weiter. Wir vergessen den Keller finden, ne? Wir brauchen ein Boot. Ja. Wir brauchen ein Boot? Dann lass uns mal praktisch an Parrot vorbei, nach links zu den Dingen gehen und unterwegs alles durchmachen, was da ist. Ja. Auch ins Labyrinth rein? Das geht ja noch nicht. Ja. Oh, das geht. Slimey slime. Der muss loswerden, bevor er uns giften kann. Ach nee, der macht uns nass, ne? Ja. Kann sein, ja. Das ist mir okay. Der ist jetzt für die Einheit. Das war es, der ist tot. Das war ja mal easy, oder? Wir haben ja Nacht, ne? Waren ansehen. Ach schön, jetzt kann ich da reingucken. Super Sache, Frankie. Oh. Die Triche. Ja, Tim. Ja, ne? Oh. Der Bogen, Ligger. Aber der macht mehr Mensch, der Mensch. Ne, der ist auf Wahrnehmung. Ja, gut, das ist aber nicht schlimm. Aber der ist auf Wahrnehmung. Plus 15 Intelligenz. Digga, den gönne ich mir, alter. Oh, die Kapuze ist auch krass. Und die Stiefel auch. Digga, ich brauch das im Prinzip alles. So viel Geld hab ich nicht. Ich kann mir nicht mal den Bogen leisten. Frankie kämpft jetzt mit dem Spielzeughammer. Nein. Tatsächlich nicht. Donk. Donk. Boah, der Bogen wär natürlich über-episch. Äh, Mrs. Kittys Special. Tatsächlich. Alter. Das hol ich mir. Aber du hast 10 Gold, ne? Das ist kacke. Ja, aber dafür hab ich Schadensreflexion plus Rüstung plus Niederstand. Ja, das ist halt schon geil. Und Wasserimmunität. Oh, hier sind drei Sachen für mich drin. Null. Ja, hole das Ding, Frankie. Reste hole, gibst du, Tim. Ich wollte eigentlich einmal Dietrich hier mitnehmen. Ja, kannst du auch. Du hast ein 15. Das Geld kann ich dem Tim geben. Einmal reicht ja. Erstmal. Kann ich schon geben? Ne. Ja. Muss warten bis Tim da ist. Aber bevor das passierte. Gebt dir gleich auch Kohle. Ich mach mal eben das Gift hier weg. Ja. Guck mal, dass du mal geht. Ich hab dir Geld gegeben. Okay. Ja. Aber ich bräuchte dringend mal ein Schild, ein neues. Ne. Okay. Nur das Ding war gut. Ich kann euch das Geld zurückgeben. Ja, 66 hab ich dir gegeben. Kann ich was wiedergeben? Hä? Kann ich was wiedergeben? Ja, Frankie sagte grad schon, 66 hat er dir gegeben. Was sollst du mir geben, Lukas? 100 irgendwas. 160, 168, irgendwie so in den Dreh. Hä? Hä, jetzt ein Dietrich? Das ist ein anderes spezielle Sache, ne? Dietrich? Ja. Ja. Den kannst du nicht ausrüsten. Hier war einmal dabei. Aber dann kann ich die Schlösser als die Crew öffnen. Ja, das ist ja nicht schlecht. So, wie war das? Wir wollten jetzt erst nach Feld vorbei. Über Parrot und dann die ganzen Mobs hier töten und dann zum Bootshaus. Wir sind ja gleich schon Level 7. Bietest du einmal schlafen, glaub ich. Ne, ich guck mir noch mal kurz im Laden ein paar Sachen an. Hat sich was geändert? Ne, aber... Doch, hat sich. Ab und zu verändern sich die Sachen da drin. Verkauf ich jetzt auch mal kurz. Ach, ich hab nichts zum Verkauf. Toll. Oh, Chaos kommt langsam wieder. Der wär was für dich, Tim. Aber... Muss, glaub ich, gar nicht, ne? Wenn seine Kapuze grad besser als die im Laden war, brauche er das Ding nicht. Twitch spackt heute wieder rum. Ja, das ist Wochenende normal, hab ich mittlerweile festgestellt. Dass Twitch am Wochenende extrem rumspackt, weil wahrscheinlich am meisten los ist. Richtig gut gerollt. Deswegen hab ich ja gesagt, wow. Ja, ja. Aber bin schon klar. Der Master Roller. Franky. Aber manchmal hat man auch echt Pech, ne? Ja. Ich find' auch, manche Runden sind richtig verflucht. Da kriegst du das ganze Match nur scheiße Würfe. Boah. Auch, Tim, wenn du diese Runde ein bisschen gefailt hast. Wir sehen eigentlich nicht schlecht. Franky. Boah. Wolltest du noch was sagen? Oder wolltest du mich jetzt, hä? Hä? Ich wollte dich doch gerade loben. Hä? Ich wollte dich doch gerade loben. Ach, das blinde Huhn, ne? Fickt euch, ich geh, Franky. Tschüss. Oh nein. Oh, jetzt Ellen. Ah, du Hund. Zzzz, zzzz, zzzz. Bestraf dich das Leben sofort, ey. Ich sag dir das, Alter. Das hat's geil erzählt. Rett den Hund vor mir weg. Komm mal, ich komm gleich neben dir. Jo, warte, ich geb dir. Nur, ich verliere dadurch meine Gefühleimmunität. Ja, gut, aber das Ganze wohl verkraften, denke ich. Wir haben die komplette erste Karte aufgedeckt, die wir hier haben, ne? Jetzt müssen wir Schiff fahren. Ähm, ihr müsst mal überlegen. Ich hab jetzt ne Rüstung, die macht 5 Rüstung, 5 Widerstand, plus 5 Max Gesundheit, plus Gesundheitsregeneration, und plus 4 Vitalität. Die andere Rüstung sind 12 Rüstung, 2 Widerstand, plus 2 Stärke. Ja, also. Hoho, 27 Rüstung. Wenn du jetzt spottest, ne, meine Frise. Ja, Karma nicht, Drache, da hast du gerecht. Hm. Karma. Hm. Das war definitiv Karma. Karma's Bitch. Aber jetzt hab ich halt keine Regeneration mehr in das Haus. Also, irgendwie war die andere Rüstung aber auch nice. Also. Aber 27 Rüstung ist schon Hammer. Wenn du dann spottest, geht das nochmal hoch wieder, ne? Ja, ja. Ja, aber nicht gegen Magie. So, was hab ich jetzt hier? Feuerschuss. Feuerverbreitung. Wir frieren. Kann nicht auch frieren für uns, Alter. Immun gegen Blutung. Gefrieren. Egal, hier kann ich richtig Schaden mitmachen. Also nicht gefrieren. Auf geht's. Das rein.